Was ist Heimat? Was ist Zuhause? Hier idyllisch am Neckar gelegen. Zwischen sanften Hügeln, mit Beinbergen, Schlössern und Burgen. Mit interessanter Geschichte und viel Kultur. Mit weiten Blicken und schönen Ecken. Aber vor allem mit wundervollen Menschen. Das ist unser Rottenburg. Wir waren nicht die Ersten. Schon die alten Römer ließen sich hier nieder. Bis zum heutigen Tag ist viel passiert. Das kann man überall sehen und erleben. Wir schaffen gerne neue Traditionen. Doch vor allem die alten leben wir jeden Tag. Schon lange sind wir Bischofssitz und ein Zentrum des Glaubens. Mit Leidenschaft widmen wir uns dem, was früher und heute für viele Lebensmittelpunkt und Halt ist. Denn jeder steht im Mittelpunkt seines Glaubens. Es drängt uns aber auch voran. Immer schneller, immer höher hinaus. Wir feiern miteinander. Freuen uns für andere. Freuen uns Gäste zu begrüßen. Denn Gastfreundlichkeit liegt uns im Blut. Zu Gastlichkeit gehört Gemütlichkeit, Herzlichkeit und gehören Köstlichkeit. Gemeinsam Zeit verbringen. Gemeinsam Regionales genießen. Gemeinsam gehen wir auch in die Zukunft. In die Zukunft unserer Kinder, unserer Jugend. Hier hat jeder die Chance, sich zu bilden, sich zu entwickeln, sich etwas aufzubauen. Wurtlich jeder. Bei uns findet jeder seinen Platz. Ganz egal, wofür sein Herz schlägt. Ob groß oder klein. Ob mit Maschinen oder Menschen. Wir können traditionell und modern. Global und regional. Nach getaner Arbeit gehen wir raus in die Natur. Einfach mal durchatmen. Die Seele baumeln lassen und neue Energie tanken. Neues entdecken, an seine Grenzen gehen und sich verausgaben. Allein, zu zweit oder in der Gruppe. Gerne kommen wir zusammen. Mit der Familie, mit Freunden. Mit Gästen aus nah und fern, die zu Freunden werden. Schlendern über Märkte oder feiern mit Elsterns. Ob Rock oder Klasse. Einfach einzigartige Momente. Unsere Tore stehen allen offen. Kommt und genießt die Zeit hier. Ob ein Tag, eine Woche oder ein ganzes Leben. Denn Rottenburg ist Heimat. Rottenburg ist zu Hause.